so steinbrecher trails besser gesagt der kronenburg trail ist schon fahrbar und wir haben uns den jetzt mal heute vorgenommen bei herrlichstem wetter eine lap haben wir schon gemacht haben uns mal ein bisschen die lines angeschaut jetzt gucken wir mal sieht ganz cool gebaut aus ich hab bock ich auch vor mir der gute thomas und heute mit der neuen bremse mit der code rsc schön das sind diese conditions gut viel zu langsam aber auch geil diese conditions die sind ja prime ein schön gebauter trail auch gut gemacht hier mit der straße war damals immer so ein bisschen blind flug schöner anleger hola schön landung ist ein bisschen komisch ganz kriminell oh gott wow aufgesetzt ach gott holy shit okay das über dem baum habe ich mir anders vorgedacht ja das ding ist ja voll spitze alt ja ja ich stehe wie der letzte mensch auf dem pedal da ist ja hier gibt es auch mehrere lines catch sperm zu krass reingelegt fast fast aus dem leben gerissen in die eine habe ich mich so reingelegt da wurde es auch ein bisschen flutschig gelde ah nein gott gott so 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 nice alles in allem sehr gelungener geiler trail danke an die trailbilder top ich habe Bock im mai ist offizielle eröffnung geil klar sind wir am start bin auch gespannt was sonst noch für trails kommen der eine oder andere ist noch in bauphase aber der kronenburg ist schon mal richtig richtig sexy ey 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 Untertitelung des ZDF, 2020